Liebe geschätzte Lichtarbeiter der Erde! Achtet nun auf die neue Botschaft der Galaktischen Föderation. Ich laden Sie zu einem der mächtigsten energetischen Heilmittel ein, die Sie jemals auf Ihrer Reise zurück zu den bewohnten Sternensystemen der Galaktischen Föderation erlebt haben. Hineinen in eine vertrauensvolle Verbindung mit sich selbst und uns Menschen der Galaxis. Im Moment, sowohl um dich herum als auch in dir herum, findet die größte Schöderwelt statt und doch schenkst du ihr selten wirklich Aufmerksamkeit. Vielleicht ist ihre Aufmerksamkeit für den Bruchteil einer Sekunde hier, sie riechen das neu gemähte Gras oder sie hören das Geräusch eines Vogels oder sie erhalten einen wunderschönen Sonnenuntergang, bevor es wieder in die Gedanken in ihrem Kopf zurückfällt. Wenn Sie dies bezweifeln, hören Sie für einen Moment auf zu lesen und sehen Sie wirklich etwas in dem Raum, in dem Sie sich befinden. Sehen Sie es so, als wären Sie noch nie zuvor auf diesem Planeten gewesen. Wie lange haben Sie Ihre Aufmerksamkeit auf dieses Objekt gerichtet? Wenn Sie wie die meisten Menschen sind, ist es nur eine Frage von Sekunden, bis Ihre Aufmerksamkeit auf etwas anderes gerichtet wird. Die Erziehung der Aufmerksamkeit wäre eine Erziehung schlechthin. Aber die meisten von Euch sind nicht darin geschult, wie man das phänomenale Werkzeug der Aufmerksamkeit einsetzt, und daher ist Eure Aufmerksamkeitsmuskel schwach und folgt den Gedanken, wohin sie auch gehen. Eines der größten Geschenke, die Sie sich selbst machen können, ist die Stärkung der Muskeln Ihrer Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit für das Leben um Sie herum, Aufmerksamkeit für Ihren Körper und Aufmerksamkeit für die Menschen in Ihrem Leben. Um sich im gegenwärtigen Moment tiefer mit dem Leben zu verbinden, wären Sie bereit, sich fünf Minuten am Tag zu schenken, in denen Sie ruhig sitzen und Ihre Aufmerksamkeit auf die Geräusche um Sie herum lenken. Das Summen einer Biene, das Rascheln der Blätter im Wind, die Regentropfen, die auf dein Dachfenster prasseln. In diesen kostbaren Momenten hören Sie die Musik Ihres Lebens. Machen Sie dies nicht zu einem Kampf zwischen Ihren Gedanken und Ihrer Anwesenheit. Während des größten Teils Ihres Lebens ist Ihre Aufmerksamkeit Ihren Gedanken gefolgt, wohin Sie auch gehen. Natürlich wird Ihre Aufmerksamkeit wieder auf das Denken gerichtet, aber beurteilen Sie das nicht. Lenken Sie einfach Ihre Aufmerksamkeit zurück auf die Geräusche und jedes Mal, wenn Sie dies tun, stärken Sie den Muskel Ihrer Aufmerksamkeit. Sie werden auch feststellen, dass es einen großen Unterschied gibt, ob Sie ein Leben lang anwesend sind oder ob Ihre Aufmerksamkeit in den Gedanken in Ihrem Kopf gefangen ist. Wir achten auch nicht auf unseren Körper und doch sind Sie ein Feld unendlicher Weisheit und Freude. Stattdessen sind wir meistens zu Köpfen geworden, die auf unseren Körpern herumlaufen. Die meisten von uns hatten große Angst und waren beschämt, als wir jung waren. Was du unbedingt wissen solltest ist, dass die Galaktische Föderation und der Hohe Rat der Plejaden jetzt eine eindringliche Warnung herausgegeben haben. Halb Blut-Lecartes, halb Plejadea, halb Reptiloide, warnt in einem Manifest die Menschheit vor ihrem Untergang. Es handelt sich dabei um ein Gemeinschaftswerk von Vibes und Merksam. Den Link dazu findest du unter dem Video. Um zu lernen, wie man in unserem Körper lebt, müssen wir geduldig und sanft sein. Eine Möglichkeit, dies auf sichere Weise zu tun, besteht darin, Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Körper zu lenken, nachdem Sie morgens aufgewacht sind und sich immer noch in die Sicherheit Ihres Bettes gekuschelt haben. Wenn dies Sie anruft, finden Sie drei deutlich unterschiedliche Empfindungen, ein Kitzeln auf Ihrer Nase, einen kalten Fuß, eine Enge in Ihrem Rücken und erkennen Sie sie einfach an. Jedes Mal, wenn Sie dies tun, treten Sie einen weiteren Schritt zurück in die unendliche Freude und Freude, die sich aus der Freundschaft mit Ihrem Körper ergibt. Und Sie können die Muskeln Ihrer Aufmerksamkeit noch mehr stärken, indem Sie eine Empfindung tief erforschen. Ich versichere Ihnen, dass die Enge in Ihrem Rücken aus mehreren Empfindungen besteht. Wir achten auch nicht auf unsere Freunde und Lieben. Wann haben Sie das letzte Mal jemandes Gesicht gesehen, wirklich gesehen? Meistens sehen wir unsere Gedanken über Sie, anstatt sie tatsächlich zu sehen. Was ist, wenn Sie heute für einige Momente, die Menschen denen Sie begegnen wirklich ansehen, egal ob es sich dabei um einen Freund handelt, mit dem Sie sprechen, einen Partner, mit dem Sie fernsehen, einen Angestellten eines Lebensmittelgeschäfts, halte Sie einfach inne und sehen Sie ihn wirklich an. Sehen Sie, wie Ihr Gesicht animiert ist, sehen Sie die verschiedenen Formen und Farben und den Tanz von Schatten und Licht, die sich auf Ihrem Gesicht ständig ändern. Und die meiste Zeit hören wir unsere Freunde und Lieben nicht. Wir hören nur die Geschichten in unserem Kopf. Wenn Sie das nächste Mal mit jemandem in einem Gespräch sind, laden Sie sich ein, eine Ihrer eigenen Geschichten auszusetzen und zuzuhören, Sie wirklich anzuhören. Dies kann schwieriger sein, als Sie denken. Es ist so einfach für uns, nur auf unsere Ansichten und Meinungen zu achten und Sie dann möglicherweise in ein Gespräch einzubeziehen. Aber ich versichere Ihnen, eine der mächtigsten Möglichkeiten, Heilung in eine Beziehung zu bringen, besteht darin, wirklich jemand anderem zuzuhören. Sie mögen völlig anderer Meinung sein als das, was Sie sagen, aber Magie geschieht, wenn wir gehört werden, denn wir alle sehnen uns danach, gehört zu werden. All dies wird natürlich viel einfacher, wenn Sie lernen, auf Ihre Gedanken und Gefühle zu achten, anstatt ihnen zu folgen, wohin sie auch gehen. Je mehr du beobachtest, was in dir vorgeht, desto weniger nimmst du es persönlich und deine Gedanken und Gefühle werden einfach zu Wolken, die durch die Weite deines wahren Wesens ziehen. Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, dass wir kaum oder gar keine Wahl haben, aber eine der mächtigsten Entscheidungen, die Sie in Ihrem Leben haben, ist das, worauf Sie achten werden. Geben Sie sich also die Gabe, den Muskel Ihrer Aufmerksamkeit zu stärken, damit Sie, anstatt in Ihren Geschichten über das Leben mit all Ihren Reaktionen, Urteilen, Kämpfen und Meinungen gefangen zu sein, immer mehr die Freude kennen, für Sie voll präsent zu sein eigenes Leben. Liebe einfach schöne Seelen, erhalte eine Vision der Zukunft, die von den Lichtwächtern gesagt wird. Nette Menschen wollen oft anderen helfen und spirituelle Menschen sind nicht anders, aber wenn wir anfangen, unsere eigene Erleuchtung zu suchen, stellen wir sehr schnell fest, dass wir nicht versuchen können und dürfen, zu helfen andere geistig, bis wir zu unserer eigenen Erleuchtung gelangt sind, damit wir sie nicht behindern. Wir beschreiben den Prozess der Selbstverwirklichung und Erleuchtung als Aufwachen, weil wir gelernt haben, dass alles, was wir vorher vielleicht nicht erkannt haben, bereits da ist. Wir alle funktionieren normal mit unserer eigenen Perspektive, geboren aus unseren eigenen Bedürfnissen und kultiviert durch unsere Handlungen und Überzeugungen während unseres gesamten Lebens. Wenn wir irgendwann anfangen, über unsere spirituelle Seite nachzudenken, erkennen wir schnell, dass die Grenzen um die Ideen, die wir von uns selbst haben, nichts anderes als die imaginäre Zäune sind, die wir in unserer Psyche errichtet haben, um die Idee zu schützen und aufrecht zu erhalten, wer wir sind Augen anderer. Wir verkapseln uns als etwas und jemanden, dem wir uns präsentieren und in der Welt funktionieren können, und machen normalerweise den Fehler zu glauben, dass wir die Tat sind. Mit der Aufmerksamkeit werden diese Missverständnisse durch die Feuer unseres eigenen Bewusstseins abgebaut und entzündet, was dazu führt, dass sich unsere Perspektiven erweitern. Mit einer weniger eingeschränkten Perspektive fühlt sich das Leben anders an, wir fühlen uns realer und wir beginnen leicht, die Befleckungen anderer zu erkennen. Ohne eine sehr reife Demut in unserer Moral oder eine sehr scharfe Intelligenz wird sich das Ego für eine Weile aufblasen, wenn wir uns im Licht der Erkenntnis ahlen, anstatt zu beobachten, dass Erkenntnisse immer mit uns geschehen und nicht durch unser eigenes Tun. Und dann, wenn wir uns im Licht der Erkenntnis ahlen, wir sehen uns im Licht der Erkenntnis, dass wir uns im Licht der Erkenntnis haben.